Gut, schauen wir uns das Video an. Das ist von Kugelmagnet und das Video heißt Vernünftig über Hogwarts Legacy und J.K. Rowling sprechen. Viele sagen das sehr wild. Ich habe es noch nicht gesehen, aber Das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Bin da komplett bei dir. Ich dachte, es ging gerade ausschließlich um die Influencer. Und jetzt dachte ich, wir sind versöhnlich auf einem Level und jetzt muss ich mir wieder mit dem Hammer auf den Kopf hauen, um den letzten Satz zu verstehen. Ah, Rito. The feels, hey, the feels. Let's go. Kugelmagnet Eddie heißt er. Tag. Der Release eines neuen Harry Potter Games steht vor der Tür und scheinbar ist man ein transfeindliches Arschloch, wenn man dieses Spiel kauft und nicht boykottiert. Was zum Teufel hier los ist, darüber wollen wir heute mal reden. Es ist ein guter Anlass, dass Hogwarts Legacy rauskommt. Allerdings ist dieses Thema natürlich relativ allgemeingültig. Deswegen behält das Video seine Gültigkeit natürlich egal, ob es nun um Hogwarts Legacy geht oder andere Dinge. Bisher noch nicht viele, aber immer mehr Influencer scheinen im Internet gerade bei Twitter dazu aufzurufen, dass man Hogwarts Legacy boykottiert. Der Grund dafür ist eine angebliche absolute hasserfüllte Person namens J.K. Rowling, die jeden Transmenschen hasst. Oh, das angeblich geht schon mal in eine sehr schwierige Richtung, oder? Ich finde es schon mal gut, wenn man angeblich sagt. Ein absoluter Transfeind ist und dementsprechend boykottiert und gecancelt gehört. Und der benutzt gecancelt, oh Gott. Allen möglichen Videos immer wieder gesagt, dass J.K. Rowling transfeindlich ist. Und selbst Outlets, die sagen, hey, man muss das Spiel nicht boykottieren, distanzieren sich ganz klar von J.K. Rowlings Aussagen. Was mich immer nur wieder gewundert hat, ist, dass man eigentlich diese eigentlichen Aussagen relativ leicht und schnell wirklich im Kontext auch finden kann. und musste damit schrecken feststellen, dass vieles davon halt tatsächlich sehr aus dem Kontext gerissen, sehr aufgebauscht ist, mit sehr viel Halbwissen verbreitet und mit einer absolut vehementen Weigerung, sich Tatsachen und wirklich alternativen Meinungen zu stellen, sondern die, ja, leider bereits viel gefürchtete Cancel Culture da sehr starken Einfluss drauf nimmt. Und nur um das... Das muss ich erst mal verarbeiten. Das muss ich erst mal verarbeiten. Und das nach einer Minute 25 Sekunden. Das ist auch eine stabile Leistung, oder? Also hier wird gesagt, dass die transfeindlichen Aussagen von J.K. Rowling aus dem Kontext gerissen sind und von der Cancel Culture so ins Absurde übertrieben worden sind, dass man jetzt behauptet, J.K. Rowling sei transfeindlich. Macht ihr hier den Punkt, dass J.K. Rowling keine Transfeindin ist, oder wie? Um das gleich klarzustellen, das gilt natürlich für beide Seiten. Ich weiß, es gibt genauso tatsächlich transfeindliche Menschen. Es gibt auch Leute, die sehen überall nur Gespenster. Sollte mit allen Transmenschen kleiner als drei fühlt euch gedrückt. Puh, illerrit. Die sehen überall irgendwelche woke Agenda, egal wenn irgendwo auch nur ein Schwuler oder eine Transperson auftaucht. Zu diesen Leuten gehöre ich auch nicht. Von denen distanziere ich mich auch ganz klar. Der ist dieses Zentrismus, also. Ich komme ja nicht an Statistik, der Karl Billkant. Er ist die Mitte. Nein. Ich will mit denen auch genauso wenig zu tun haben. Ich will mit der Mitte nichts zu tun haben. Muss ich auch ehrlich sagen. Wenn noch jemand einer, wenn ich noch mal jemanden höre, der sagt, weder links noch rechts, dann hau ich dem, glaube ich, direkt einfach. Das ist auch... Ich pack's nicht mehr, ey. Gibt für mich Idioten auf beiden Seiten. Immer wenn ein Gedankengut irgendwie... Alles sind Idioten außer ich. Das ist immer die beste Herangehensweise. Ich finde ja, alles sind Idioten außer ich. Es gibt überall Idioten außer bei mir hier in der Mitte. In der Mitte ist es kuschelig. Wie zu extrem in eine Richtung geht und alles andere versucht zu verteufeln und auszublenden, frei nach dem Sith-Motto, wenn du nicht mit mir bist, bist du gegen mich, dann bin ich auf jeden Fall jemand, der sich dann lieber... Oder der versucht halt echt gesellschaftliche Dynamik mit Star Wars zu erklären, ne. Das ist aber auch... Ich finde ja Nerd-Culture eine vernünftige Geschichte und so, ne. Aber... Dazwischen die Stühle stellt und guckt, okay, worum geht's hier eigentlich? Das ist der neutrale Mann der Mitte, ey. Das ist aber... Musst du dir halt auch mal vorstellen, wie das dann aussieht, wenn so ein... Wenn so ein... Wenn so ein Faschotransfeind auf... Auf einen Transmenschen einprügelt und du gehst da dahin und sagst dann so, Moment mal. Das scheint hier gerade ein bisschen aufgewühlt zu sein. Können wir uns noch... Kann ich mich mal ganz kurz dazwischenstellen und erst mal gucken, worum geht's hier eigentlich? Können wir vielleicht erst mal darüber sprechen? Worum geht's hier eigentlich? Weil die Meinung von extrem sollte man sich nicht zu viel geben, denn dann läuft man Gefahr halt selbst in diesen Strudel reingesaugt zu werden. Und ich persönlich hab das tatsächlich schon mal einigen meiner Kollegen gesehen, dass sie sich leider etwas zu viel von der einen Propaganda reingezogen haben. Ich hab hier gerade 3000 Leute, die sich auf jeden Fall ein bisschen zu viel von der falschen Propaganda reingezogen haben und deswegen seid ihr alle auch ein Lützerat gewesen wahrscheinlich, ne? Alerte, Alerte, Freunde. Es ist nie falsch. Es ist nie falsch, sich für Minderheiten und Marginalisierte einzusetzen. Fucking niemals. Ohne sich mit den tatsächlichen Argumenten oder Fakten zu beschäftigen. Die tatsächlichen Argumente oder Fakten. Jetzt wird's aber auch... Schau mal wieder zweimal wild, ey. Welche Fakten denn? Ich bin echt gespannt. Jetzt, wo ich klargestellt hab, dass ich weder der einen noch der anderen extremen Seite angehör... Nichts rechts oder links, sondern ganz links. Was ist das denn? Sondern einfach ein ganz normaler Mensch bin, der ja tatsächlich einfach für Menschenrechte ist. Egal, was für ein Mensch das ist. Jeder Mensch ist für mich ein Mensch und hat auch das Recht... Ja, ja. ...auf menschliche Rechte, menschliche Behandlung und einen vernünftigen Umgang. Trotzdem haben wir 2023 und auch dieses Jahr muss man leider vor jedem Video noch mal ganz klar eins sagen. Das hier ist meine Meinung. Ich habe zwar versucht, mich möglichst schlau zu machen und habe auch wirklich alle... ...wahrscheinlich echt böse in die Hose gekannt. Das ist ja so witzig, wie ich das sagen würde. Es ist 2023 und ich muss das jetzt hier auch noch mal sagen, weil es auch 2023, das hier ist meine Meinung. Ich habe wirklich versucht, mich schlau zu machen. Hat nicht funktioniert. Bis nächste Woche. Da spielen wir wieder Eurotrack-Simulator. ...möglichen Seiten der Argumente mir angesehen. Aber nee, das dauert noch 25 Minuten. Um zu entscheiden, was ich da als sinnvoller erachte, um zu sehen, was für mich glaubhafter erscheint, was für mich neutraler erscheint und welche Informationen für mich zu einseitig sind, zu sehr die Tatsachen verdrehen und so weiter. Trotzdem ist es nicht das allgemeingültige Gesetz des Universums, was ich denke. Ich versuche euch nur einen Denkanstoß zu geben und ich würde euch dazu raten, euch selbst mit dem Thema wirklich zu befassen und egal, ob ihr euch schon eine Meinung gebildet habt oder nicht, tut mir einfach den Riesengefallen und betrachtet es erstmal grundsätzlich differenziert. Haben wir mal ein Gehirn, Chris? Wenn man an ein Thema rangeht und schon der Meinung ist, dass man eh recht hat, dann googelt man sich nämlich nur seine eigene Bestätigung. Sehr erwachsene Meinung. Lasst ihn mal mobben. Er hat eine eigene Meinung. Alter, Thilo, ist dir eigentlich noch zu helfen, ey? Jetzt kann man dir kann man dir irgendwie helfen bei irgendwas? Kann ich dich unterstützen? Ich dachte, das sei ein ernstes Thema. Warum geht es hier nur um die Leute im Video? Ihr macht eine Lachnummer daraus. Thilo, kann ich dir helfen? Brauchst du nicht. Na dann? Aber weicht dann tatsächlich von eigentlichen Fakten ab und von der eigentlichen Lösung des Problems. Und ja, ich lade auch jeden ein unter dem Video seine Meinung zu diesem Thema. Kunst zu tun? Hier darf jeder seine Meinung sagen. Hier wird auch niemand zensiert oder weggecancelt. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass man bei so einem brisanten und auch wichtigen Thema einen vernünftigen Umgang miteinander pflegt. Und Thilo ist auch der Meinung, dass man ah, daher rührt ist. Okay, man muss ja immer, ich bin ja jemand, der immer sehr faktenbasiert arbeitet. Ich bin ja immer an Fakten interessiert und Thilo ist einfach jemand, der auch, glaube ich, ein großer Harry Potter Fan ist und auch einfach Harry Potter sich nicht nehmen lassen möchte. Weil Thilo ist auch, denkt auch, und wenn man ihr Werk dazu nutzt, es in was Gutes zu wandeln, die Erlöse von Streams und Videos gehen an gute Positionen, ist das komplett falsch. Schwerter zu Flugscharren, nüchtern und faktenbasiert. Ja. Wenn man nüchtern und faktenbasiert, sollte man auf jeden Fall machen, ja. Wirklich versucht, sachlich zu sprechen. Ich weiß, das Thema erhitzt die Gemüter, aber ich werde hoffentlich nicht allzu lange mit Leuten diskutieren, bei denen man schon weiß, dass sie sowieso schon so ein radikales Gedankengut in die eine oder andere Richtung haben, dass da einfach überhaupt gar kein normales Gespräch mehr möglich ist. Das empfinde ich mittlerweile als etwas vergeudete Lebensmüh. Liebt, wen ihr wollt, lebt, wie ihr wollt, seid, wer ihr wollt, solange ihr andere Menschen damit nicht in ihrer eigenen Entscheidung dessen beeinträchtigt. Und das ist ein sehr wichtiger Grundsatz in der Gesellschaft, nachdem wir eigentlich alle leben sollten. Also, wenn ihr schwul seid, macht bitte keine anderen Menschen zu schwulis. Das ist mein Wunsch einfach. Würde ich mal sagen. Ich würde mir wünschen von euch. Seid von mir aus schwul, aber ob ihr das auch wirklich dann, ob ihr Werbung dafür machen müsst, mit Händchen halten oder küssen oder so. Finde ich kalt. Und ich bin der Meinung, ich liebe Jesus Zentrismus, ich liebe einfach Jesus Zentrismus, dass sogar ein überwiegender Teil der normalen Menschen abseits von Twitter tatsächlich auch schon so lebt. Und bevor wir jetzt wirklich auf das Thema eingehen, ob J.K. Rowling nun wirklich diese transfeindliche Missgestalt ist, als die sie oft dargestellt wird, möchte ich erstmal grundsätzlich über Hogwarts Legacy reden. Zum einen hat J.K. Rowling mit den Inhalten dieses Spiels absolut nichts zu tun. Die Firma Warner und auch die Entwickler haben sich bereits von J.K. Rowling distanziert. Ungeachtet dessen, ob ihre Aussagen nun transfeindlich sind oder nicht, distanziert sich tatsächlich so gut wie jeder irgendwie von ihren Aussagen. Dass J.K.R. es nicht so hat mit Leben und Leben lassen, oder? Ja. Ey, bitte. Humoristisch wird das für mich nur noch getoppt werden, wenn er jetzt in die Analyse geht und mir jetzt sagt, J.K. Rowling ist keine transfeindliche. Wenn das die große Croschendo ist des Videos, dann bin ich wirklich großer Fan. Ne? Ich vermute, dass es mittlerweile einfach schon so ein Sicherheitsreflex ist, um nicht irgendwelchen Hate abzukriegen. Da bin ich dann mal sehr gespannt, was im zweiten Teil meines Videos auf mich zukommt. Aber nun, ich bin nicht hier, um euch anzulügen, ich bin hier, um euch meine Eindrücke zu vermitteln. Nichtsdestotrotz stimmt natürlich eine Sache. J.K.R. wird ein bisschen Geld mit diesem Spiel auch verdienen. Ob es jetzt nun wirklich relevant ist, dass eine reiche Person noch reicher wird, ob ihr Einfluss dadurch nun so viel mehr steigt oder nicht, das stelle ich jetzt einfach mal zur Diskussion in den Raum. Das könnt ihr gerne mitentscheiden. Ich bin allerdings der Meinung, man wird J.K.R. Rowling auf gar keinen Fall stoppen, indem man dieses Spiel boykottiert. Man kann bereits beobachten, dass etliche Leute dieses Spiel jetzt extra nur deswegen kaufen, um die LGBTQ-Plus-Community zu triggern, um Leute abzufacken, um Leute wütend zu machen. Leute, die schreiben, hey, ich hatte eigentlich nur die normale Version, hab mir jetzt die Deluxe-Version vorbestellt, einfach nur, um die Leute zu ärgern. Das ist tatsächlich die Realität. Es gibt Leute, die würden auch ein Schrottspiel kaufen, nur um anderen eins auszuwischen. Finde ich persönlich genauso bescheuert, aber das ist nun mal der Effekt, den man hat, wenn man versucht, Leuten etwas zu verbieten. Leute mögen es nicht, wenn man ihnen versucht, etwas zu verbieten. Wer hätte das gedacht? Und ich möchte... Oh Gott! Oh Gott! Freunde, könnt ihr mir bitte aufhören mit eurer Aufklärung und der Solidarität gegenüber marginalisierten und diskriminierten unserer Gesellschaft. Wenn ihr das macht, dann kommen halt Trottel und sagen, jetzt mach ich's trotzdem und das ist dann wieder falsch. Also einfach weiter so, ne? Das hat 16 Jahre Angela Merkel. Das ist 16 Jahre Angela Merkel. Das ist 16 Jahre Angela Merkel. Er hat auch bestimmt gesagt, dass man die WM auch noch schauen konnte, weil es ist ja schon zu spät. Die Menschen sind ja schon tot. Ich glaube, ich vermute auch, dass der auch keine Hose anhatte. Aber nicht, weil das irgendwie so eine Bequemlichkeitsfrage ist, sondern weil der das einfach auch nicht geschissen bekommt, wie das funktioniert mit dem Hose-Anziehen. Jetzt einmal kurz über einen Punkt sprechen, der an sich eigentlich keine große Relevanz für das Thema hat, aber trotzdem erwähnenswert ist. Und zwar rede ich von der Doppelmoral. Es fällt mir halt einfach schwer, Leute ernst zu nehmen, die mir sagen, du darfst dieses Produkt nicht unterstützen, da verdient eine böse Person dran. Oh nein, das Twitter-Argument? Ist es das Twitter-Argument? Ist es, du schreibst mir das auf Twitter? Ist es das? Aber bei Twitter per iPhone veröffentlichen, auf Twitter-Stream, welches ein Amazon-Unternehmen ist, wahrscheinlich auch noch mit einer Amazon-Wishlist unter dem Stream. Und bestenfalls auch noch ein Ankerkraun-Sponsoring. Und warum spreche ich es an, wenn es eigentlich egal sein sollte? Um euch klarzumachen, dass man ganz leicht von einem Thema ablenken kann. Es ist eine Taktik, den anderen zu denunzieren, anstatt über das Thema und das eigentliche Problem zu sprechen. Anstatt Lösungen zu finden, wird versucht, dem anderen sein Recht auf Meinung abzusprechen. Warte, sieh mal bitte! Es wurden doch Lösungen gefunden! Es wird breit darüber aufgeklärt, dass J.K. Rowling eine Transfeindin ist und dass die mit dem Harry-Potter-Franchise Geld verdient. Und wenn man ein Produkt, das Harry-Potter-Lizenzen hat, mit seinen wirtschaftlichen Entscheidungen nach vorne pusht, dann werden diese Lizenzen verlängert. Also kauft es nicht und spielt das nicht. That's it? Das ist ja Problem und Lösung in einem. Da wurde ja null abgelenkt. Weil er sich auch nicht korrekt verhält. Und ungeachtet dessen, dass es mir schwerfällt, solche Menschen ernst zu nehmen, ändert das nichts daran, dass ich die eigentlichen Argumente mir natürlich trotzdem anhöre und dann entscheide, kann ich damit was anfangen oder nicht. Nichtsdestotrotz hat so eine Doppelmoral ja immer einen bitteren Beigeschmack. Vor allen Dingen, wenn man ja eigentlich genau das praktiziert. Das ist keine Doppelmoral. Es gibt entscheidende Unterschiede zwischen dem Partizipieren auf einer Social-Media-Plattform und dem Spielen von einem fucking Videospiel. Das hat nichts mit Doppelmoral zu tun. Das ist ja das Witzige, was man immer wieder gesagt bekommt. Setzt du dich für eine gute Sache ein, dann bitte auf den nackten Brustwarzen zum Allnatura robben. Und dann aber auch nur aus den Mülleimern da recyceln. Und dann auch wieder nach Hause in den Wald. Wo du ohne Strom und sonstige Errungenschaften unserer Gesellschaft existierst. Das ist Suicide-Fallacy. Entweder du bist perfekt und nimmst dir das Leben und richtest keinen Schaden für irgendwas und irgendjemanden an, oder aber du sollst die Fresse halten, weil Doppelmoral. Das stimmt aber nicht. So selbst wenn du das logisch auseinanderdrisselst, sind wir, und das machen die allermeisten Menschen, sind wir in der Lage zu begreifen, dass wenn zwei Menschen komplett beschissene Dinge machen, aber dann diese eine Person, diese eine beschissene Sache von den 100 Millionen beschissenen Sachen, die beide machen, weglässt, dann hat der immer noch in dieser Sache recht. So funktioniert das nun mal. So, du kannst ja nicht sagen, ey, weil der ja auch das und das macht, hat der auch in dem Punkt Unrecht. Das ist keine Doppelmoral. Das hat nichts mit Doppelmoral zu tun. Insbesondere nicht in solchen bescheuerten Fällen. Ich glaube, man kann das Doppelmoral-Argument in vielen Fällen bringen. So, es gibt Doppelmoralistisches Verhalten, das dann auch heraus, also das dann auch benannt werden sollte. Aber in diesem Fall, mit diesem, ja, du bist auf der Twitch-Plattform. Ja, du nutzt einfach das fucking Streaming-Monopol, das alternativlos ist. Es gibt keine alternative ethische Streaming-Seite. Und bei Social Media ist das noch was ganz anderes. Immer wenn es um solche Plattformen geht, immer wenn es um solche beschissenen Plattformen geht, kann sich nicht einfach jeder Mensch, der moralisch integer ist, davon entfernen. Weil ansonsten hast du nur einen Siffhaufen. Ach. Doppelmoral wird ja heutzutage fast in jeder Debatte benutzt. Was wäre denn genau Doppelmoral? Gib mal kurz ein Beispiel. Naja, doppelmoralistisch ist es zum Beispiel, wenn du dich öffentlich positionierst und die Leute ankackst, dass sie doch bitte aufhören sollen, Tiere auszubeuten. und dann aber in deinem privaten Leben nicht vegan lebst. Das wäre doppelmoralistisch. Auf der einen Seite Leute dafür angreifen, im gleichen Thema, es aber selber tun. Das ist für mich eine berechtigte Doppelmoral. Sagen, du bist böse, weil... Sondern die Lösung kann nur sein, hier ist ein Problem. Das ist mein Lösungsansatz. Lasst uns drüber reden. Transphobie und auch Hass auf Transpersonen ist ein echtes Problem in der Gesellschaft, über das man reden muss. Auch die Frage, wo eine Transperson auf die... Doppelmoralistisch wäre es auch, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, mich ganz klar positioniere und sage, J.K. Rowling ist eine Transfeindin und dann aber jetzt hier nächste Woche mit einem Harry Potter Sponsoring irgendwie um die Ecke komme. Das wäre auch doppelmoralistisch. Und das ist alles angemessen. Aber doppelmoralistisch oder relevant doppelmoralistisch ist es nicht, wenn man sagt, ey, wir sollten das boykottieren, weil J.K. Rowling eine Transfeindin ist und das machen wir, um uns zu solidarisieren. Und dann aber das Ganze auf Twitter machst. Das hat nichts mit Doppelmoral zu tun. Diese ständigen Atominem-Ausflüchte, auch immer in solchen Debatten, es ist so ermüdend. Ja, die inhaltliche Debatte ist ja relativ einfach sogar, ne? Also, inhaltlich ist das wirklich nicht schwer. Wenn wir komplett auf der sachlichen, inhaltlichen Ebene bleiben, dann ist J.K. Rowling jemand, der von dem Harry Potter Franchise profitiert. J.K. Rowling nutzt ihre Gelder aktiv, um gegen Menschenrechte vorzugehen. Also sollte man der kein Geld geben. That's it. Das ist die inhaltliche Ebene. Punkt. Erklärt. Lösungsvorschlag. Umsetzungsempfehlung. Dankeschön. Toilette gehen kann, wo eine Transperson, die vielleicht Probleme hat, in ein sicheres Haus kommt, Transpersonen ist ein Problem in der Gesellschaft, über das Reden. Transphobie und auch Hass auf Transpersonen ist ein echtes Problem in der Gesellschaft, über das... Ich glaube, Transphobie gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, niemanden, der Angst hat vor Transmenschen, oder? Man reden muss. Auch die Frage, wo eine Transperson auf die Toilette gehen kann, wo eine Transperson, die vielleicht Probleme hat, in ein sicheres Haus kommen kann, wo eine Transperson im Strafvollzug untergebracht werden kann, sind alles wichtige Themen, die es zu klären gilt. Aber hier gibt es einfach kein Schwarz und Weiß. Doch, gibt es, weil... Hä? Doch, gibt es. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Information ist, aber Transmenschen sind jetzt nicht irgendwie eine neue Kategorie Mensch. So, das... Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man... dass wir da jetzt irgendwie noch eine extra Kategorie Mensch irgendwie erfinden. Das ist immer noch die gleiche Spezies, ne? Das sind erst mal Menschen. In allererster Form. Und da wir ja... Und da wir ja in unseren Toilettensystemen, was man... Also, Unisex-Toiletten sind ein Ding, da sollten wir drüber nachdenken, aber... Und die gibt es ja auch schon. Also, Unisex-Toiletten sind ja auch gang und gäbe, gibt es ja auch schon überall. Aber wenn wir in diesem binären Zuordnungssystem bleiben, wo in vielen Bereichen unserer Gesellschaft eben darauf zurückgegriffen wird, Strafvollzug, öffentliche Toiletten etc. pp. So, auch da finden Trans ja eine Zuteilung. Transfrauen sind Frauen, Transmänner sind Männer. Und dieses Adjektiv Trans nimmt man nur dazu, wenn man speziell diskriminieren möchte oder wenn es eben speziell darum geht. Ich versuche das sogar zu vermeiden. So, ich sehe doch keine... Ich sehe doch keinen Menschen und sage, ah, ist bestimmt Trans. Ne, man, interessiert mich nicht. So, ich frage wie... Ich frage nach dem Pronomen in den meisten Fällen und dann war es das. Ne? Und ich frage alle Menschen nach dem Pronomen, egal wie offensichtlich man nach Äußerlichkeiten irgendwie zuordnen kann. Also, es gibt... Es gibt männlich gelesene Menschen, es gibt weiblich gelesene Menschen, aber ob ich die so lese oder nicht, hat erstmal gar nichts mit ihrer eigenen Identifikation zu tun. Ne? Und dann kommt man ja neben diesem ganzen optischen Faktor auch noch auf die Non-Binary-Schiene. Und deswegen ist es einfach ganz respektvoll, Menschen einfach zu fragen nach den Pronomen. Deswegen habe ich auch bei Twitter meine Pronomen drin, weil es das Ganze normalisiert. Und genau damit sind wir nämlich auch bei der Problematik mit J.K. Rowling. Wie ich eingehend sagte, distanzieren sich so gut wie alle sofort von J.K. Rowling, wenn es um das Thema Harry Potter geht, allein schon vermutlich aus Angst davor, dass irgendeiner es ihnen zum Vorwurf macht oder ihre Worte verdreht oder missbraucht. Diese Gefahr habe ich natürlich auch, aber wenn absolut überhaupt gar keiner das Thema mal wirklich konkret anspricht, sondern immer nur anreißt und immer nur entweder sagt, Hä, es gibt ungefähr 95 Stunden an YouTube-Videomaterial. Also es ist ja jetzt wirklich nicht schwer, sich über die transfeindlichen Aussagen von J.K. Rowling zu informieren. Da gibt es gut aufgearbeitete Artikel, es gibt YouTube-Videos wie Sand am Meer. Naja gut, wir distanzieren uns davon, aber wir finden Boykott-Quatsch. Oder sagt, nein, sie ist transfeindlich, deswegen dürft ihr nicht. Dann habe ich, finde ich, persönlich auch ein bisschen die Verpflichtung. Dieses deswegen dürft ihr nicht Argument ist übrigens auch kompletter Schwachsinn. Die Leute tun bei jeder Form des Aktivismus so, als ob diese Verbote von einer Einzelperson ausgehen würde. Als ob es irgendeinen Unterschied in deren Lebensexistenz machen würde, oder ob ich sage, du darfst das oder nicht. So, das ist ja bei allem so. Wenn du aufklärst, sagt er dann, ja, ich lasse mir das nicht von dir verbieten. Das ist ja ganz so. Und ich kann dir das auch leider nicht verbieten. Ich bin ja leider einfach nur ein fucking Kek im Internet, der versucht aufzuklären. Ich kann dir nichts verbieten, bedauerlicherweise. Ich würde sofort, wenn ich könnte, aber ich kann das leider nicht. Meine Worte haben für dich absolut keine, das ist nichts, was dich irgendwie beeinflusst. Du kannst jederzeit das Internet ausmachen, kannst in deinem realen Leben machen, was du willst und ich werde dich nicht davon abhalten können. Und die Leute tun so, als ob diese böse Cancel Culture dafür sorgen würde, dass irgendwelche Verbote eingeführt werden, während in Amerika genau Gegenteiliges passiert. In Amerika sorgen RepublikanerInnen derzeit dafür, dass Transmenschen, die aktiv die Rechte genommen werden. So, und in England passiert das auch. zumindest mal etwas nachzugraben und zu gucken, was ist denn jetzt nun wirklich eigentlich dran? Was hat sie bitte genau gemacht, dass so viel Hass auf sich zieht? Und mit so viel Hass meine ich, so viel Hass ist es gar nicht. Denn es ist tatsächlich ein wütender Twitter-Mob, der sich darüber aufregt und versucht, Leute auf seine Seite zu ziehen. Hört auf mit diesem wütender Twitter-Mob-Narrativ. Das ist komplett bescheuert, Mann. Dieses wütender Twitter-Mob-Narrativ ist komplett blöd, ey. Und das zeigt einfach nur, dass ihr nur im Internet unterwegs seid. Transaktivismus gibt es im realen Leben. Und zwar draußen auf der Straße. Ja, und da kann und sollte man sich anschließen. Ob man jetzt trans ist, ob man queer ist oder ob man Ally ist, spielt keine Rolle. Transrechte sind Menschenrechte. Setzen wir uns für Menschenrechte ein, setzen wir uns für Transrechte ein. Das war früher bei Homosexuellen so, das ist jetzt bedauerlicherweise bei Transmenschen so, die im Fokus von Rechtspopulisten sind. Damit verharmlost du das einfach. Du tust so, als ob sich nur irgendeine kleine Gruppe auf Twitter für Transrechte einsetzen würde. Ich habe jetzt über zwei Wochen in diesem Thema verbracht. Nach zwei Wochen Recherche bin ich zu dem Schluss gelangt, dass J.K. Rowling kein Transfeind ist. Und ich... Wie recherchiert der, Alter? Mit Blutschorn in der Nase, oder wie? Ich habe dieses Thema wirklich nicht leichtfüßig angegangen. Ich war tatsächlich am Anfang davon überzeugt, dass ich den ganzen Schmuddel-Scheiß finden würde, den sie angeblich gesagt hat. Was ich stattdessen gefunden habe, sind aus dem Kontext gerissene Zitate, wilde Darstellungen von irgendwelchen Aussagen, die falsch interpretiert werden oder einfach anders ausgelegt. Ihr wisst selber, wie das ist. Man kann alle möglichen Aussagen verdrehen und man kann natürlich auch in... Wenn man das nach zwei Wochen Recherche nicht rausfüllen, dann hat man vielleicht einfach kein Talent. Ja. Auch möglich. Klare Aussagen etwas rein interpretieren. J.K. Rowling setzt sich für die Rechte von Frauen ein. Und ja, sie macht da auch kein Geheimnis draus, dass sie von biologischen Frauen redet. Transfeindlich. Ja. Case closed. Das ist ja transfeindlich. Das ist ja genau das, was man ihr vorwirft. Ein Töv zu sein. Ne? Transmenschen aus ihrem Feminismus zu exkludieren. Das ist der Vorwurf. Also hat er recherchiert, aber er versteht einfach Transfeindlichkeit als solches gar nicht, oder wie? Ja. Und auch wenn man dafür ist, dass Transpersonen alle Rechte haben sollten, die alle Menschen haben, dann ist eins mal ganz klar. Biologisch gesehen ist ein Mann keine Frau. Das ist auch keine Hetze, das ist auch keine Transfeindlichkeit, das ist einfach ein biologischer Fakt. Jetzt gibt es zum Beispiel in den USA schon, in mehr... Aber was... Guck mal, immer wenn solche Trottel sowas sagen, frage ich mich, was wollt ihr denn damit dann erreichen? Was ist denn dann, selbst wenn das so wäre, was wollt ihr denn damit erreichen? Was ist denn dieses, was ist denn dieses, na das ist jetzt aber biologisch Fakt und Wissenschaft. Ja, was ist denn, was ist denn mit Sozialwissenschaften? Es spielt doch keine Rolle. Wir müssen doch in einer Gesellschaft nicht darauf gucken, ob Biologie oder sonst irgendwas Lebensrealitäten zerstören könnte, sondern wir sind doch besser als das. So, wir können doch einfach unsere Gesellschaft anschauen und dann können wir uns Transmenschen anschauen, dann können wir ihnen zuhören und dann müssen wir doch gezwungenermaßen realisieren, ey, die gibt es. Das ist fucking Realität, Mann. Transmenschen sind Realität und es existiert. Also, herzlichen Glückwunsch. That's it. Das passiert doch nicht. und es gibt auch keine Transformation. Es gibt Angleichungen. Wenn ich doch zwei Wochen über ein Thema intensiv recherchiere, dann sollte ich mich doch auch zumindest mal mit dem Thema Trans beschäftigen, oder? Keine Ahnung, ob das irgendwie neu ist für die Leute, aber man kann sich über Themen informieren, indem man Betroffenen zuhört. Und wenn man das wirklich über zwei Wochen tut, dann sollte man wissen, dass Transformation und biologischer Mann und, 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 dass das einfach straight up nicht mehr cool ist. Und zwar selbstbestimmt nicht mehr cool. Das ist, das ist eine, das ist selbstbestimmt von Betroffenen, die sagen, das ist nicht cool. Alles, was hier passiert ist, der, der rattert gerade die fucking Punkte von, von J.K. Rowling runter. Ja. Und in ein Frauengefängnis kommt. Dass Männern Zutritt zu Frauenhäusern gewährt wird, weil sie sich als Frau identifizieren und, dass natürlich auch Toiletten so benutzt werden können, wie sich die Person empfindet. Männer, die sich Was, das ist doch völliger Unsinn. Das, das, ich verstehe das nicht. Was sollen wir denn, sollen wir jetzt irgendwie, was ist denn sein Vorschlag? Sein Vorschlag, dass wir, dass wir da jetzt irgendwie eine neue Kategorie Menschen schaffen, oder was? Dass wir jetzt sagen, okay, Mann, Frau, Trans. Und da werden dann einfach alle reingeworfen. Und was macht ihr denn mit den ganzen Übergrifflichkeiten gegenüber Frauen von Männern einfach? Also nicht von Transfrauen, die Frauen sind, sondern von Männern. Männer dringen in Safe Places ein. Den eigenen Haushalt verbieten. Ja. ...sich als Frauen empfinden oder Frauen, die sich als Männer empfinden. Das sind keine Männer, die sich als Frauen empfinden oder Frauen, die sich als Männer empfinden. Das ist hochgradig, hochgradig verletzend. Der Betroffene. Ich wollte nicht transfeindlich sagen. Sollte er das hier sehen, dann wird er, dann wird er wahrscheinlich auch böse recherchieren und, 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 da scheint er nicht so besonders gut drin zu sein. Aber ja, sowas zu sagen ist transfeindlich. Ja. Das macht ihn nicht zu einem Transfeind, aber die Aussage als solches ist transfeindlich. werden jetzt sagen, ja, ich habe ein Recht auf die Toilette zu gehen. Das Problem an der Sache ist, dass selbst ich als Mann einfach behaupten könnte, ich fühle mich als Frau, um es auszunutzen. Nein. Das ist zum Beispiel eine Sache, die J.K. Rowling kritisiert hat. Und ich finde, das... Ja, aber es ist Unsinn. Alles, was du erzählst, ist Unsinn. Meint der, hat der zwei Wochen recherchiert und hat sich dann einfach von der transfeindlichen von der transfeindlichen Agenda von J.K. Rowling anstecken lassen, oder wie? Bis zwei Wochen, heißt zwei Wochen Recherche. Ich habe Texte von J.K. Rowling gelesen und habe dann gesagt, ja, da hat sie recht mit dem, was er da schreibt, oder wie? Oh mei, oh mei. Zwei Wochen J.K. Rowling Tweets gelesen, keine Ahnung von nichts und dann gesagt, ja, da hat sie ja recht mit. Das ist auch eine gesunde und normale Kritik. an solchen Gesetzen. Nein. Fucking nein, diese Gesetze gibt es nicht. Was redet der? Wir brauchen Lösungen, die nicht andere Menschenrechte einschränken, um anderen Menschen neue Rechte zu geben. Da muss es bessere Lösungen geben. Das passiert nicht. Kann nicht angehen, dass ich als biologischer und tatsächlicher Mann Zugang zu einem Was ist denn ein biologischer und tatsächlicher Mann? Was heißt das denn? Sind dann Transmänner keine tatsächlichen Männer, oder wie? ...im Frauenhaus bekomme, weil ich einfach lügen kann und sagen, das passiert nicht. Versuch es doch. Geh doch mal in ein Frauenhaus und sag, ja, übrigens, ich möchte jetzt hier rein. Mach, versuch es doch. Ich fühle mich als Frau, also bin ich eine Frau. Das ist nicht transfeindlich. Ich würde sogar fast wetten, dass die meisten Leute, die tatsächlich trans sind, eher sogar noch dagegen sind, dass sich Männer einfach als Frau ausgeben können, obwohl sie es gar nicht sind. Es wird... hat er nicht gemacht, oder? Doch, hat er gemacht, ne? Ich wäre immer sehr vorsichtig, für Betroffene zu sprechen. Das ist... Also zumindest... Also da würde ich dann nochmal eine dritte Recherche Woche dranhängen. Wird also erwartet, dass Frauen einfach akzeptieren, dass Männer aufgrund ihres eigenen persönlichen Gefühls oder einer Lüge in ihre privaten Bereiche eindringen können und sie dort... Aber das passiert nicht. Kann ja... Also was ist denn damit? Da wird man doch ein bisschen fuchsig, oder? Also da wird man doch... Also, oder? Kann man doch ein bisschen fuchsig werden, wenn man das so hört. ...lästigen oder dafür sorgen, dass diese sich unwohl fühlen. Und genau deswegen unterstützt J.K. Rowling eine Organisation, die ausschließlich für biologische Frauen ist. Nicht, weil sie Transmenschen hasst. Doch. Nicht, weil sie dagegen ist, dass man sich transformiert. Doch. Weil die Leute in diesen Organisationen, die zitieren straight up Hitler einfach. Also die zitieren einfach straight up Hitler aus meinem Kampf. Und wollen, und wollen nachgewiesen die Anzahl an Transmenschen auf diesem Planeten reduzieren. Ihr könnt dann, ihr könnt euch dann in eurem eigenen Gehirn ausmalen, wie die das machen wollen. Oder man hört denen zu und da haben Leute sowas gesagt, wie man müsste die aufhängen. Bis es dann keine mehr gäbe. I don't know. Das ist dieses Offensichtliche. Das ist dieses Offensichtliche. Ich versuche... Guck mal. Warum fällt man da vielleicht als Knicklicht drauf rein? Ich versuche das mal so zu erklären. Versuchen wir uns mal in die Position hinein zu versetzen von einem Knicklicht, der, keine Ahnung, für den die Politik in Star Wars Episode I schon ein bisschen zu kompliziert ist. Der die Senatssitzung da sieht und sich denkt, Senat, was ist denn das überhaupt? Versuchen wir einfach mal, versuchen wir doch mal zu verstehen, warum deswegen diese trans- exkludierende Hassbewegung ein bisschen schwerer zu begreifen ist. Die machen das, was Nazis schon seit den 80ern tun und sehr viel länger. Die versuchen, eine andere marginalisierte Gruppe in den Vordergrund zu rücken und so zu tun, als würde man sich für deren Rechte einsetzen. Dass es gar nicht darum ginge, trans-Menschen zu hassen oder zu töten, sondern andere zu schützen. Nazis machen das zum Beispiel sehr gerne mit Kindern. Also man erschafft ein Feindbild, das einer von den allermeisten Menschen in der Gesellschaft, die nicht informiert sind, schützenswerten Gruppe. Kinderschützen finden alle toll und mit diesem Argument des Kinderschutzes haut man dann einfach auf Juden ein zum Beispiel. Das passiert auch mit trans-Menschen. TERFs versuchen, das Narrativ zu erstellen, dass sie mit ihrer Bewegung Frauenrechte schützen wollen würden. Und mit diesem Frauenrechte-Schutz hauen sie auf trans-Menschen ein. Wenn man jetzt wirklich nach zwei Wochen Recherche das nicht begreift, dann weiß ich nicht, ob man der Person helfen kann, um ganz ehrlich zu sein. Sondern einfach und allein aus dem Grund, dass solche Menschen existieren, die diese Lücken ausnutzen. Nein. Nein. Das passiert nicht. Was redet der? Hat der sich schon mal in seinen zwei Wochen Recherchen mit dem Prozess beschäftigt, den trans-Menschen durchleben müssen? Kennt ihr den bürokratischen Aufwand? Kennt ihr die erniedrigenden Prozedere, die die durchleben müssen? Hört mal Betroffenen zu, euch wird schlecht und schwindelig. Euch wird schlecht und schwindelig in eurem privilegierten CIS da sein, wenn ihr lernt von Betroffenen, was Betroffene durchleben müssen. Und sie Frauen davor schützen möchte, dass so etwas passiert. Deswegen gibt es trotzdem noch Organisationen. Oder bis sie überhaupt erst diesen Prozess starten. Das ist ja noch, das kommt ja noch dazu. Die gesellschaftliche Stigmatisierung, die Diskriminierung, die trans-Menschen erleiden, sorgt ja bei vielen dafür, dass die meisten Menschen, die tatsächlich trans sind, das überhaupt gar nicht in ihre Lebensrealität aufnehmen können. Und deswegen ist ja Aufklärung und Normalisierung so wichtig. Das heißt nicht, dass plötzlich mehr trans-Menschen existieren als vorher, sondern dass die, die trans sind, auch offen einfach ihr Leben so leben können, wie sie glücklich sind. Ihr müsst euch mal anhören, wie viel, also, ich habe, was ich ganz gerne mache, um einfach auf das Thema, um mich da zu sensibilisieren, ist, Angleichungsgeschichten zu hören. Also, mir anzugucken und mir anzuhören, da gibt es auf TikTok ganz, ganz viele, die das machen, mir anzuhören, ey, wie war das eigentlich herauszufinden, dass man trans ist, wie lief der Prozess und wie glücklich hat mich das gemacht. Und das ist bei den allermeisten immer ein zweigleisiges Schwert, weil auf der einen Seite, es ist immer ganz cool, also, es ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich, wenn ich über, über trans aufkläre, dann bekomme ich, dann bekomme ich hier trans Herzen. Ich bekomme hier LGBTQIA plus Herzen und alle sagen, wow, ist so cool, du bist so inklusiv, du bist so geil und das ist so super, was du machst und das ist total geil und ja, aber ich schalte den Stream aus und für mich hat sich damit dann das Thema trans gegessen. Für mich hat meine Geschlechtsidentifikation, ist dann vorbei, die ist schon immer da gewesen, ich mache Stream aus, Thema vorbei. Wenn trans Menschen darüber aufklären, ist das ein bisschen anders. Die kriegen Morddrohungen, die kriegen Drohungen, die kriegen Beleidigungen und wenn die den Stream ausschalten oder ihr TikTok Video fertig haben, dann ist das immer noch deren Lebensrealität und deswegen ist das ein zweigleisiges Schwert. Auf der einen Seite müssen sie etwas tun, damit sie glücklich werden können und wir verhindern gesellschaftlich, dass man sie so akzeptiert und das ist einfach ein Teufelskreis, den wir Linke durchbrechen müssen. Das hat nichts mit VOKO heram zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Cancel Culture Arschlöcher sind. Es ist schon immer Aufgabe von linken Bewegungen gewesen, sich für marginalisierte, unterdrückte und Minderheiten einzusetzen. Es ist schon immer so gewesen. I don't get it, Alter. Sagst du eigentlich mit Absicht zweigleisiges Schwert? Mein Gehirn kann das nicht anders. Es tut mir leid. Ich weiß, es gibt zweigleisig und dann gibt es zweischneidiges Schwert, aber das schafft mein Gehirn nicht. Deswegen sage ich zweigleisiges Schwert und finde mich damit ab. Organisationen, die sich mit allen Menschen befassen. Es gibt Organisationen, die sich mit Transmenschen befassen oder einfach mit allen Frauen, egal ob Transfrau oder nicht. Ich finde, es muss trotzdem auch eine Organisation geben, die für Frauen da ist, die von Männern... Echte Feministin, echte Feministin, sind trans inkludierend. That's fucking it. Und der Satz hier, den er jetzt gerade zu Ende bringt, der ist... Das ist... Das ist ja Transfeindlichkeit par excellence, ey. Ich finde, es muss trotzdem auch eine Organisation geben, die für Frauen da ist, die von Männern wirklich schlecht behandelt wurden, die traumatische Erlebnisse hatten und bei denen man einfach verstehen muss, dass sie keine Lust darauf haben und dass es sie auch sehr, sehr stark belasten würde. Wenn ein tatsächlicher Mann plötzlich wieder in ihr Leben tritt, ein Geschlecht vor dem... Transfrauen sind keine Männer, sondern Frauen. Ist das so schwer zu begreifen? Is it that hard? ...dem sie eigentlich versuchen zu flüchten? Und anstatt, dass man über solche Probleme offen und ehrlich redet, wird überall nur versucht, Öl ins Feuer zu gießen. Reißerische Schlagzeilen, es wird alles weggecancelt, was irgendwie dagegen spricht. Weißt du, wer weggecancelt wird? Transmenschen werden weggecancelt. Die werden so weggecancelt, dass die sich auf dem Alexanderplatz selber anzünden. Mein Gott, also wie kann man denn, wie kann man denn so sein? Wie kann man sowas sagen und sich selber nicht schämen? Aber trotzdem kann ich hier eine Nachricht schreiben. Fick J.K.R. Ja, Cancel Culture. Wisst ihr, wer gecancelt wird? Transmenschen werden gecancelt. Reihenweise. Die werden reihenweise aus der Gesellschaft gecancelt. Die werden so hart gecancelt, dass die sich verstecken müssen teilweise. Das ist Cancel Culture. Cancel Culture ist, wenn du nicht sein darfst, wer du bist. Das ist Cancel Culture. Ruhe im Frieden, Ella. An dieser Stelle. Und die Eltern von Ella müssen sich in regelmäßigen Abständen Aufnahmen ihrer verbrannten Tochter anschauen, die in Grabständungsmanier dahingehangen werden. mit Kommentaren, wie wir kriegen euch alle. Das ist Cancel Culture. Aber es ist nicht Cancel Culture, wenn sich Menschen hinstellen und sagen, Alter, show some solidarity. Das hat nichts mit Cancel Culture zu tun. Aufklärung und Einfordern von Solidarität ist nicht Cancel Culture. Jeder wird sofort verteufelt und angemault, der auch nur eine alternative Meinung dazu hat. Jeder, der versucht, echte Lösungen zu finden. Selbst Leute, die sehr liberal eingestellt sind. Und man hört überall nur, mit denen will ich nichts zu tun haben. Das ist einfach eine völlig intolerante Einstellung. Nein, das passiert auch gar nicht. Das passiert nicht. Niemand sagt, mit denen will ich nichts zu tun haben. Wo passiert das denn in der Harry Potter-Debatte? Das sind vielleicht vereinzelte Menschen, die wirklich ekelhaften Scheiß in Richtung Gronkh oder andere Menschen da geschickt haben. Aber der absolut überwältigende Großteil war informativ aufklärend. Die haben echte Lösungen präsentiert. Nur weil man Probleme sieht, die tatsächlich auch existieren, bedeutet das... Nein, die existieren nicht. Show some proof, Alter. Du zeigst da fucking Harry Potter-Gameplay im Hintergrund seit zwölf Minuten. Laberst irgendeinen Scheiß da in dein fucking Schuh-Mikrofon und zeigst überhaupt nichts. Wo sind denn deine echten Lösungen? Wo sind denn die ganzen Belege für die Scheiße, die du da laberst? Ich weiß nicht, dass man etwas gegen Transmenschen hat oder ihre Rechte einschränken will. Doch, das tust du. Wenn du dich hinstellst und sagst, TERFs haben eine Daseinsberechtigung, weil es Aktivismus geben muss für echte Frauen, wo Männer nichts zu suchen haben, dann tust du das. Genau das tust du. Weil du damit Existenzen delegitimierst. Du sprichst Menschen ihre Identität und Existenz ab. Du tust so, als würde es Trans nicht geben. Du tust so, als wären Transfrauen keine Frauen. Und damit tust du so, als ob die gar nicht existieren würden. Du musst aber nur die scheiß Augen aufmachen. Und dann ist es auch kackegal, was du irgendwann mal in der siebten Klasse in Biologie gelernt hast. Weil so funktioniert nun mal Gesellschaft. Gesellschaft funktioniert so, dass du die Augen aufmachst, dass du Existenzen und Realitäten siehst und sagst, das gibt es. Da brauchst du keine sechste Klasse Biologie. Da musst du nur mal die Augen aufmachen und du musst mal hinschauen. Und dann dieses Bescheuerte, das kommt ja noch dazu, Mann. Diese bescheuerte Annahme von Trotteln, die der Meinung sind, dass Feminismus nur für Frauen sei. Feminismus ist für, ist für alle Menschen. Feminismus ist das, was wir brauchen. Feministische Außenpolitik, feministische Bewegung, feministisch dies, feministisch, das ist für alle Menschen das Beste. Des Weiteren setzt sich J.K. Rowling natürlich auch für die Rechte der Kinder ein. Und... Oh, Kinderschutz mal wieder, ey. jetzt kommt der Kinderschutz. Jetzt haben wir aber bald auch wirklich das Bingo-Blättchen voll, oder? Auch das kommt nicht einfach nur so. Ja, es gibt... Aber warum heißt es da noch Feminismus? Warum... Was ist denn falsch an dir? Was triggert dich denn, wenn du Feminismus hörst? Triggert dich das, oder was? Fängt da deinen Penis an zu zucken, oder wie? ... Warum nennt man das dann nicht einfach Männer? Wenn man das doch auch für alle ist? Warum heißt das dann auch Feminismus und nicht Männer? Das dürfte doch Männer heißen, wenn es für alle ist, oder? Da frage ich mich wirklich, wie... Also... Da musst du dir die Chupa-Chup-Stringer doch aber anders ins Stammhirn knallen und so eine Scheiße von dir zu lassen. Man kann das doch auch einfach Feminismus-Männer nennen. Also... Es gibt Kinder, die in sehr frühem Alter schon wissen, dass sie im falschen Körper geboren sind. Genau, wenn es für alle sein soll, dann soll es ein inkludierender Oberbegriff haben. Ein inkludierender Oberbegriff. Lass mich raten, du bist auch gegen Gendern, oder? Also auf der einen Seite ein allgemeiner Überbegriff und auf der anderen Seite generisches Maskulinum, ne? Ja, ja. Warum hat es dann keinen inkludierenden Überbegriff an alle? Was ist denn... Was für inkludierender Überbegriff, Alter? Es gibt das Patriarchat, das ist die Norm. Patriarchat. Soll ich erklären, was das heißt? Patriarchat. Und als Gegenbewegung zum Patriarchat gibt es den Feminismus, der genau diese Machtgefälle aufbrechen möchte, von Anfang an. Und es waren bedauerlicherweise mal wieder die Frauen, die das überhaupt ins Rollen gebracht haben. Also bleiben wir doch beim Begriff, Mann. Warum fühlt man sich als Mann getriggert, wenn man Feminismus hört? Was ist denn los mit euch? Fühlt ihr euch so gekränkt in eurer fragilen Männlichkeit, dass ihr Herpes an der Pullerdüse bekommt, wenn ihr Feminismus hört oder was? Echte Männer sind Feministen. Ganz einfach. Echte Männer haben keinen Penis gezwungenermaßen, aber echte Männer sind immer Feministen. Und ich finde, man sollte diesen Kindern mit Toleranz entgegentreten und ihnen auch später eine Transformation ermöglichen, wenn man weiß, dass es wirklich hilft und wenn man weiß, dass sie dieses Problem auch tatsächlich haben. Deswegen ist aber nicht jeder Teenager, der das Gefühl hat, dass mit seinem Körper was nicht stimmt, automatisch auch ein Transmensch. Das ist das J.K. Rowling-Kinderschutz-Argument, ne? Das J.K. Rowling-Kinderschutz-Argument. Was derzeit passiert in unserer Gesellschaft ist, dass Vierjährige mal einen schlechten Tag haben und dann sofort ihren Penis abgeschnitten bekommen. Ja, das ist das Narrativ. Wie nennt man das nochmal? Wie ist nochmal der Begriff dafür, wenn Menschen solche Lügengeschichten verbreiten? Transfeindlichkeit, genau so nennt man das. In den USA zum Beispiel ist es jetzt schon so, dass Minderjährigen Medikamente verabreicht werden, Hormonblocker und sogar Operationen durchgeführt werden. Nein. Ohne die Erlaubnis der Eltern. Nein. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du darfst dich nicht tätowieren lassen, bevor du 18 bist, weil es ein zu einschneidendes körperliches... Kriege ich dafür eine Quelle? Kann er das irgendwie belegen oder ist das jetzt der Zauberer im Hintergrund, der es belegt? Ist das die Quelle? Ist das hier das Kind, das umoperiert wird, was hier gerade gezeigt wird? Ist das die Umoperation des Sechsjährigen, die hier gerade gezeigt wird? Du darfst dich nicht tätowieren lassen, bevor du 18 bist, weil es ein... Das passt auch, ne? Hier, Tätowierung, abgeblockt. Seht ihr? Du musst es sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon alles mit Quellen belegt, was der hier macht. Schau euch das an. Hier, pass auf. Du darfst dich nicht tätowieren lassen, bevor du... Um, abgeblockt. Darfst dich nicht tätowieren lassen. Du 18 bist, weil es ein zu einschneidendes körperliches Ereignis ist, welches nicht so leicht rückgängig machbar ist. Aber man kann sich mit 14 den Penis amputieren lassen oder sich die Brüste abnehmen lassen und kriegt Hormonblocker, die dich sehr wahrscheinlich für den Rest deines Lebens impotent machen. Das gerade... Ich werde gleich impotent, wenn ich mir das Video noch weitere 10 Minuten reinziehe. Dann werde ich impotent. Was ist das denn? Aber ja, wenn du dir den Penis abschneiden lässt, dann bist du wahrscheinlich impotent. Das ist tatsächlich richtig. Wahrscheinlich bist man dann impotent. Eltern damit vielleicht ein Problem haben könnten. Das kann man doch jetzt auch wirklich nachvollziehen. Er ist schon feierlich, oder? Er ist schon feierlich, was er sich da für eine Lebensrealität aufbaut. Der verbreitet gerade so dieses apokalyptische Szenario, dass draußen in der Welt einfach Ärztinnen rumlaufen, transfreundliche Ärztinnen und dann so in bester Undercover-Manier sich die 12-Jährigen kreisen. Hey, psst, 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 komm mal her. Soll ich dir den Penis abschneiden? Du hast wirklich so... Deine Eltern werden davon nichts erfahren. Stell dir vor, du erzählst sowas. Stell dir vor, du erzählst sowas und packst es in ein Video und denkst dir, ja, das werden die Leute schon verstehen. Da brauchen die auch bestimmt keine Quelle. Das werden die mir schon so glauben. Ich habe sie bei J.K. Rowling gelesen. Auch übrigens, ich habe mir zwei Wochen recherchiert, J.K. Rowling, alles, was sie so erzählt, ist null transfeindlich. Übrigens, was ich auch herausgefunden habe, ist, 14-Jährige bekommen ohne elterliche Erlaubnis den Penis abgeschüttet. Das ist einfach echt... Das ist echt Kick, ey. Das ist wirklich Kick. Das ist eine absolute... Das ist eine absolute Kick-Veranstaltung hier. Ach. Auch das ist keine Transfeindlichkeit. Das ist einfach völlig logisch und nachvollziehbar. Ich fahre an, dass das so ein Typ logisch und nachvollziehbar überhaupt benutzen darf und da nicht einfach so, dass es da keinen biologischen Mechanismus im Körper gibt, der dann einfach abschaltet. Dass es dem eigenen Hirn einfach zu viel wird. Dass der da sitzt und sagt, das ist logisch und nachvollziehbar und dann knallt das Ding einfach runter und denkt sich, weißt du was, Bruder, nicht mit mir, ich habe ja keinen Bock mehr drauf. Ich sehe das. Ich sehe mich da wirklich nicht. Dass man nicht möchte, dass ein 14-jähriges Kind alleine solch einschneidende Entscheidungen trifft. Und egal, ob ihr jetzt nun noch jung seid oder schon älter. Es ist einfach bekannt, dass man gerade in der Pubertät überhaupt noch gar keine Ahnung hat, was im Leben auf einen zukommt, was man eigentlich möchte und dass Verwirrung und emotionale Probleme absolut zum Alltag in der Pubertät... Ach du Scheiße! Wir sind wirklich im Bingo angekommen, ne? Trans Menschen sind einfach nur verwirrte Jugendliche, die mal eine Phase durchleben und auch mal ein neues Hobby brauchen. Es ist wirklich ein fucking Bingo hier. Hier kann der Weg nur Toleranz sein und vernünftiger Umgang und ich bin auch absolut dafür, dass man Kindern beibringt, dass es Trans Personen gibt und dass sie genauso ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sind wie alle anderen. Aber natürlich auch am besten ihre eigenen Busse bekommen, ne? Also ich finde, die sollten auch alle Menschenrechte haben, außer die Menschenrechte von Männern und Frauen. Also alles darüber hinaus schon, aber nicht bitte auch die Rechte von Männern und Frauen, sondern man kann die ja einfach, man könnte ja einfach sagen, dass einfach das so, man kann die sich wie Haustiere halten, würde ich sagen. Das Tierschutzgesetz funktioniert ja prima überall auf diesem Planeten. Man könnte Trans Menschen doch einfach dann auch mit den Tierrechten ausstatten. Das wäre doch ein Vorschlag. Da wären auch alle ganz zufrieden mit. Aber ich bin echt schockiert, wie viele sehr radikale Personen es dort doch gibt. Und ich glaube nicht, dass die wirklich für die Trans-Community sprechen. Wenn dir jemand sagt, wenn du Hogwarts Legacy spielst, bist du ein transphobes Arschloch und ... Das macht niemand. Niemand, der tatsächlich in irgendeiner Form aufgeklärt ist, benutzt alleine schon das Adjektiv transphob. Das macht niemand, der auch nur mal zwei Wochen recherchiert hat. Außer eine Person kenne ich, die hat zwei Wochen recherchiert und die hat nicht herausgefunden, dass das transphob nicht so wirklich ein Begriff ist. ... und gehörst blockiert und zensiert. Im gleichen Atemzug aber was von Toleranz redet, dann stimmt doch irgendwas nicht. Und auch hier möchte ich noch mal klarstellen, nicht jeder, der für die Rechte von Trans-Personen ist, gehört zu dieser radikalen Gruppe. Aber es gibt diese Leute nun mal. Das kann man nicht abstreiten. Darüber muss man reden können. Wer zum Beispiel hat diesen ... Das sind auch richtig, das sind richtig radikale. ... radikalen Demonstranten erlaubt, die an ... Radikale Demonstranten, schaut sie euch an. Stell dir vor, du sprichst über Amerika und sagst, das sind radikale Demonstranten. In fucking Amerika, wo die mit einer AR-15 einkaufen gehen und mit kugelschutzsicherer Weste in der Fahrschule sitzen. Und das sind radikale ... Drei Stück. Es sind drei Stück. Es sind einfach drei Stück, ey. In Schottland. Ah. Diese radikalen, diese radikalen Arschlöcher. Oh Gott. ... Adresse von J.K. Rowling im Internet zu leaken. Ist das gerechtfertigt? Ist das in einer Demokratie, in der Meinungsfreiheit herrscht, wirklich der richtige Weg? Und wieso muss sich J.K. Rowling permanente Beschimpfungen, Beleidigungen, Morddrohungen und Todeswünsche anhören? Wieso wird sich daran aufgegeiert, dass sie sich dann über diese Meinung lustig macht? Sie macht sich nicht über Transpersonen lustig, sie macht sich über Idioten lustig, die völlig verblendete, schwachsinnige Argumente bringen. Ich finde das nicht klug. Natürlich schadet sie sich im Grunde auch ein bisschen selbst damit, weil sie natürlich den Leuten eine einfache Möglichkeit gibt, sie weiter zu denunzieren. Aber ich persönlich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Ich glaube auch, wenn wir über das ganze Thema sprechen, dann sollten wir über den Opferschutz von reichen MillionärInnen sprechen, die transfeindlich sind. Transfeindliche Millionäre gehören einfach auch mal ein bisschen mehr in den Fokus genommen, wenn wir über Opferschutz sprechen. Entschuldigung, Milliardär. Milliardärin. Entschuldigung. Wenn ich so viel Geld hätte, wenn mir alles scheißegal sein könnte und es kommen andauernd irgendwelche Leute, die mir was über meine Einstellung erzählen wollen, wo ich schon merke, dass sie nicht mal im Ansatz verstanden haben, worum es mir geht, ob ich mich nicht einfach auch über sie lustig machen würde. Heilkapitalismus an dieser Stelle, ne? Hast du genug Geld, dann würde ich das auch machen. Das sind die gleichen Leute, die FDP wählen, ne? Weil sie glauben, dass sie irgendwann nochmal reich werden. Okay, Rowling hat zum Beispiel... Also wenn ich so viel Geld hätte, würde ich mich auch einfach nur über trans Menschen lustig machen den ganzen Tag. Beispiel auch ein relativ umfassendes Statement verfasst. Das ist schon ein bisschen älter, aber zeigt eigentlich relativ klar, woher ihre Einstellung kommt und ich persönlich finde das recht differenziert. Nicht alles, was da drinsteht, entspricht auch meiner Meinung, aber es ist nichts, was man als radikal oder transfeindlich betiteln kann. Natürlich kann man einige der Aussagen so auslegen. Oh Gott, das ist ja wirklich fucking wild. Kann der auch mal konkret werden und irgendeinen Inhalt bieten? Ey, der redet jetzt... Er redet die ganze Zeit davon. Ja, also einige Sachen kann man so interpretieren, aber das stimmt ja nicht. Der ist gerade da. Der kann jederzeit in ein Gespräch kommen, Alter. Jederzeit. Ne? Ich habe jetzt zwar nicht zwei Wochen recherchiert, aber ich glaube, ich glaube, ich weiß, was J.K. Rowling so gesagt hat. Ich habe es ja gerade nochmal aufgefrischt bekommen. Blitzdebatte. Ey, und sorry, falls du gerade zuhörst, ich habe das Video nicht gesehen, als ich dir bei Twitter geschrieben habe, dass ich wahrscheinlich sehr ruhig sein werde in so einer Debatte. Ich wusste, ich hatte da wirklich keine Ahnung, was du da so von dir gibst. Ich wusste das wirklich nicht. Der hat schnell ausgemacht jetzt. Ja. Der ist da gerade wieder rausgegangen. Ach du Scheiße. Wo streamt der auf Twitch oder was? Habe ich schon immer nicht leiden können, aber das sind ja alles Radikale. Die schieben jeden vernünftigen, soliden Transmenschen jetzt in einen Topf wegen so Idioten wie euch, die völlig irrationale, stumpfe Scheiße lassen. schämt euch. Schämt euch, ihr selbstgerechten Pimmel. Das ist ja wohl das allerletzte Alter, wie mit dem Thema umgegangen wird von manchen Leuten. Sprich mal mit Betroffenen, Digga, ich habe mir hunderte Meinungen von Betroffenen angehört. Bis Erden. Geht natürlich nicht, wenn man mit Scheuklappen durchs Leben rennt. Bis Erden. Mein Gott, ist das ein Opferverein. Junge, das ist ja peinlich. Bis Erden. Wahnsinnig. Meine Güte, ey. Er ist ja stinksauer. Ja, wenn du seine eigene Logik auf ihn anwendest, dann hat er ja nichts zu melden. Er ist ein weißer Zissmann. Was fällt ihm ein? Vor allen Dingen, was maßt er sich an, zu entscheiden, was ich bin? Wann habe ich denn gesagt, ich bin ein weißer Zissmann? Habe ich mich geoutet als weißer Zissmann? Vielleicht fühle ich mich ja heute auch als Frau. Geht ja. Woher wollen die Leute das wissen? Wenn man sie mit ihrer eigenen Logik schlägt, dann zerbröckelt diese billige Realität, die sich aufgebaut haben, mit null Komma nix. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, sagt, ich habe nichts gegen Transmenschen. Ich mag sie. Die sollen alle Rechte bekommen, die sie auch brauchen. Aber bitte nicht dabei andere Leute einschränken. Bei Rechten, für die sie Jahrhunderte gekämpft haben, nämlich Frauen zum Beispiel. Kein Millimeter wird abgeweicht. Hundertprozentige Solidarität mit jeder schwachsinnigen Idee. Das nenne ich Fanatismus und nicht gesunden Menschenverstand. Und dann stellen sich hin wie die Selbstverbesserer, sind aber nicht bereit, ein vernünftiges Wort mit irgendwem zu wechseln. Kasper. Übrigens ist das der gleiche Typ, der bei Toro Hausfriedensbruch begangen hat, um zu beweisen, dass Toro seine Katzen schlecht behandelt, weil er die einen Tag alleine in der Wohnung gelassen hat. Da weißt du, mit wem du es zu tun hast. Danke fürs Gespräch. Der ist ja anders wütend. Der ist ja anders wütend. Oh, da kommt die Bubble, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Da kommen sie. Freunde, lest euch die Meinung der selbstgerechten Twitter-Krieger durch. Wenn ihr da auch nur, ich glaube, ich glaube in LGBTQ-Herz, dass wir den in 15 Minuten entweder zu einem Permabahn oder Herzinfarkt ragen lassen. Das ist ein böses Experiment. Das müssen wir wahrscheinlich gleich abbrechen. Fakten sind egal. Ich bin selbst für Transmenschen befreundet, ihr Spinner. Natürlich sind Transrechte Menschenrechter, ihr Spinner. Das hat auch niemand gesagt, dass sie das nicht sind. Kriegt euch mal ein. Peinlich. Wusste gar nicht, dass so viele Leute gleichzeitig sich gegenseitig so viel dummes Zeug gegenseitig bestätigen können ohne eine einzige, ohne einen einzigen Moment mal den Fakten zu prüfen. Alles zu ignorieren, was irgendeiner sagt, was einem nicht ins Narrativ passt und alles andere, was einem in Kram passt, wird sofort ungefragt und ungefiltert geglaubt. Ich glaube, ich meine, kann ich den, kann man den irgendwie, kann ich den mieten irgendwie? Nee, das ist nicht das Gleiche, Digga. Wenn dir deine Freunde, die betroffen sind, eine Meinung sagen können und ein fremder, weißer Mann im Internet meint, er weiß es besser, dann ist das lächerlich. Dann kann man das auch ruhig sagen. Ja, großartig. Sie ist transfeindlich, sie ist ne Törf, Digga, jawohl. Ihr könnt das noch 5000 Mal rumschreien, wenn ihr keine Beweise dafür habt, dann glaubt euch das trotzdem keiner. Ja, hat er ja recht, ne? Oh, Junge, Alter. Weißt du, was ich viel geiler finde? Karl schreibt mich noch großkotzig bei Twitter an, dass er mit mir darüber sprechen will. Ja. Aber natürlich kann er es nicht ertragen, dass sein Publikum da unvoreingenommen in sowas reingeht. Nee, er impft euch schon mal vorher. Merkt ihr selber nicht, was abgeht? Seid ihr wirklich zu dumm, dass sie merken, Denkt da mal einfach drüber nach auch. Ihr jetzt. Also an euch. Schon mal vorher ins Lächerliche ziehen, damit er euren kompletten Rückenwind hat. Damit egal, was ich in dem Gespräch sage, nach ihr genau eure Platte abspulen könnt. Genau. Das liegt nämlich, das liegt nur an mir. Wenn ich euch das Video nicht gezeigt hätte, hättet ihr den richtig gut gefunden, alle. Denkt da mal drüber nach. Ja. Dann kommt doch Discord. Nee, danke, ich passe, Alter. Ich rede nicht mit Wahnsinnigen. Oh, pathologisieren auch noch. Ihr habt ja gerade bewiesen, was ihr für eine Einstellung habt. Drei Minuten, dann entweder Herzinfarkt oder Permabahn. Ist euch doch scheißegal. Meine Meinung ist euch doch scheißegal. Ach, jetzt doch nicht mehr? Nee, ich glaube nicht mehr. Ich glaube, ich glaube, jetzt will er nicht mehr. Ich glaube, ihm ist das gerade ein bisschen zu viel. Das kann er sich abschminken. Er hätte mit mir ein normales Gespräch führen können. Er hat sich beschlossen, wie ein Troddel und ein Idiot aufzuführen und mir zu bestätigen, dass ich mich lieber mit anderen Leuten unterhalte, die tatsächliche Gespräche suchen. Chris Enger zum Beispiel. Nee, da passe ich, Alter. Gut, ich habe eben noch gesagt, ich überlege noch, ob ich es machen soll oder nicht. Und in dem Moment zeigt ihr, was das für eine tolle Community ist. Wie weltoffen und wie toll ihr alle seid? Boah, ihr seid so tolerant. Da nehme ich mir direkt ein Beispiel dran. Ich meine, es sind auch Herzen. Transfeindlichkeit ist keine Meinung. Nee, da gebe ich dir recht. Ich bin auch nicht transfeindlich. Also weiß ich nicht, was das hier verloren hat. Er ist halt einfach nur ein Schisser. Der hat halt einfach Angst. Er ist einfach nur ein Schisser. Das ist wirklich peinlich, Jungs. Muss ich leider wirklich sagen. Ihr seid sehr, sehr peinlich. Also wenn ich jetzt Zuschauer wäre, würde ich halt, würde ich ihn halt mal fragen, warum er so ein Schisser ist. Warum er jetzt nicht einfach mal... Sehr peinlich. Also warum ist er denn, warum hat er denn Angst? Warum hat er denn Angst vor Herzen? Kann ich mal lesen bei dem ganzen Spam. Wird schön mit Herzen weggespampt, der ganze Hass. Das ist clever. Ihr seid nicht dumm, das lasse ich euch. Ihr seid wirklich nicht dumm. Aber ihr seid leider auch nicht halb so schlau, wie ihr denkt. Er kann mich komplett exposen, Alter. Ich bin jederzeit... Was für Angst? Jederzeit... Angst vor Herzen, ja. Ich bin jederzeit bereit, mich hier bloßstellen zu lassen. Das stimmt, was ich gesagt habe gerade. Jederzeit. Wieso fühlst du nicht angegriffen? Hm, wenn einer permanent meine Worte im Mund umdreht und dann seine Community auf mich hetzt. Mit Herzen. Fühlt ihr mich angegriffen, oder was? Der wird... Stellt euch mal vor, der wird... Wir hetzen Herzen. Bei dem Hass kommt ja niemand mehr hinterher. Natürlich, deswegen habe ich ein Video dazu gemacht. Glaubt ihr, mir war nicht klar, dass sowas passieren wird? Au, guck mal. Dass die Selbstgerechten kommen. Alter, da sind einfach Faschus bei dem unterwegs, ey. Wisst ihr, ihr bestätigt eigentlich gerade fast alles, was ich in dem Video sage, und zwar allen Leuten, die vorher hier zugeguckt haben. Ihr macht genau das, was ich im Video sage, was ihr sagt, was niemand macht. Mhm. Guck mal. Ich finde ja immer... Ich finde ja immer eine Sache, über die man mal nachdenken sollte, ist, du hast mit dem Internet eigentlich die perfekte Überprüfungsinstanz, indem du zuguckst, wer dich supportet. Du guckst einfach nur, wer klatscht und wer schenkt mir Subs und dann weißt du eigentlich schon Kontrollinstanz-technisch Alles, alles, was der Sache nützt, ist okay. Alles. Jedes Mittel ist recht. Jedes Mittel ist recht. Richtige Schwobelparade, Alter. Man fühlt sich wirklich wie der wird zurückversetzt zu Corona. Man redet einfach mit einer Wand. Es ist richtig, es ist ein absolutes Abundzeugnis, was ihr jetzt hier reingeschoben werdet. Der ist Familienvater. Ich versuche dazu was zu sagen, dass ihr mich versucht zu überfahren. Der ist Familienvater. Sprich eine ganz deutliche Sprache. Ist so. Richtig schöner Hate Raid. Let's go. Getarnt in Herzen. Ich lasse mir von euch den Mund nicht verbieten. Ihr müsst in einer Demokratie damit leben, dass jeder seine Meinung sagt und wenn einer versucht, meine Worte zu verdrehen, werde ich mich dazu äußern. Kann er ja. Und wenn einer großkotzt dir sagt, lass mal drüber reden, Digga. Und mich dann im Vorbild versucht, bei seiner Community bloßzustellen, dann ist klar, was die Intention ist. Ich bin leider nicht so leicht zu begeistern wie ihr wahrscheinlich für irgendeine Sache. Außer für Nazis. Nazi-Geld nehme ich ganz gerne an. Dafür kann man mich begeistern. So Nazi-Euro, da sage ich nicht, nein. Wenn ihr alle schon geimpft habt. So Nazi-Euro, da sage ich nicht, nein. Klar. Selbstverständlich. Vergesst es, Alter. Neonazis Geld geben. Wo? Bis Engor. Schickt mir die Beweise zu. Bis Engor. Schickt mir bei Discord oder bei Twitter die Beweise zu, wo man das nachvollziehen kann. Ich gucke es mir an. Ich mache es seit zwei Wochen nichts anderes. Morgen klingelt das Jugendamt bei dir. Wenn du mir noch einmal drohst, finde ich dich. Ihr seid so traurige Menschen, Alter. Ehrlich. Allein so eine Sätze. Hat auch keine Sätze. Officer? Officer? Hallo? Officer? Ey, nur für Twitch, falls jemand von Twitch das sehen sollte. Er meint natürlich, dann finde ich dich auf der Gamescom und schlag dir da die Fresse ein. Also alles laut Terms of Service in Ordnung. Alles, alles, alles innerhalb der Regeln. Alles gut. Hervorragend. Hervorragend. Wie viel sind es? 330 Leute. Wir waren hier vorher knapp 100. Das heißt, 220 Leute sind jetzt hier als Internetrambo unterwegs und versuchen ihre Meinung durchzudrücken. Genau. Ja, ihr werdet ganz viel bewegen. Nur leider in die falsche Richtung. Ihr helft keiner einzigen Transperson. Keiner einzigen. Ihr schadet denen nur. Und ihr schadet ihnen sogar nachweislich und direkt. Weil jetzt nur noch mehr Vollidioten den Transhass abdriften, weil sie denken, ihr repräsentiert die. Viel Spaß. Könnt ihr euch gerne den ganzen Tag einreden, dass ihr das nicht macht? Nachweislich. Es soll doch einfach Discord kommen. Was ist denn los mit dir? Soll er doch mal seine Inhalte da präsentieren. Soll er mal seine Fakten auf den Tisch hauen. Dummes Erpressungsgelaber. Wir ernähren uns locker 90% vegan. Aber ja, egal. Wahrscheinlich reicht das auch nicht. 90% vegan ernähren ist ja schon mal auf jeden Fall Veganismus verstanden. Hat er wahrscheinlich auch zwei Wochen so recherchiert. Ich weiß auch nicht, was die alle nach Quellen fragen, wenn sie selber keine haben. Könntest du auf die Videos von Sean reagieren? Das könnte ich sehr gerne sogar, weil die sind nämlich randvoll mit Falschinformationen und Lügen. Aber natürlich nicht, wenn man die Augen davor verschließt. Ich will euch nur daran erinnern, wie die meisten Verschwörungstheorien funktionieren. Genauso wie das Video von Sean. Man kann alles irgendwie darstellen, so wie man will. Öffnet eure Augen. Genau wie dieser angebliche Antisemitismus drin. Antisemitismus-Experten. Führende Antisemitismus-Experten sagen das Quatsch. Aber Sean weiß es besser, Digga. Er hat die Bücher nicht mal gelesen, aber er weiß es besser. Der ist bestimmt eine seriöse Quelle. Welche denn? Frag mal nach dem Namen. Frag mal nach der Quelle. Welche führenden Antisemitismus-Experten machen das denn? Äh... Wir führen jetzt einfach hier so das Gespräch, ne? Welche Experten? Achso, das habt ihr nicht rauskriegen können beim Informationsbeschaffen? Ne, ich frag ja nur. Das habt ihr nicht rauskriegen können. Da seid ihr aber schlecht beim Googlen. Oder habt ihr einfach nur eure Meinung gegoogelt, anstatt nach Fakten zu suchen? Weißt du, das Ding ist, ich schicke euch die Quelle jetzt gerne mal. Aber wahrscheinlich hängt ihr euch dann darauf auf, wer ein führender Experte sein darf und wer nicht. Während ihr einem Sean, der einfach nur ein YouTuber ist, als Experten anerkennt. Pass auf, ich schicke euch das. Krieg ich dir. Könnt ihr euch angucken oder nicht. Und dann könnt ihr die Fresse halten. So, da bitte. Zack. Das ist jemand, der ist in dem Thema. So. Ich würde mal sagen, der hat auf jeden Fall mehr Kompetenz, das zu beantworten, als ein Sean. Ist jetzt nur so eine Idee. Irgendwie die Quelle hier rein. Aber ihr werdet gleich irgendwas finden, warum das kein Experte ist. Das läuft immer so. Ich kann das ja selber hier einfach ausrufen. Das Sean ein Experte ist, ist klar. Der macht ja YouTube-Videos. Wo ist denn das jetzt? Was Fakten sind, der Link, den ich gerade gepostet habe, ist ein Fakt. Könnt ihr euch durchlesen? Lest es euch durch. Findet da auch das Haar in der Suppe. Ich suche mal. Sagt dem Hollywood Reporter, er glaube nicht, dass Rowling eine Antisemitin ist oder für die Schaffung antisemitischer Charaktionen verantwortlich ist. Ne, das stimmt ja auch. Das behauptet ja auch niemand. Also das ist ja, das ist ja gar nicht die Behauptung. Die Behauptung über antisemitische Reproduktion innerhalb von Harry Potter ist ja, dass ein bekannter antisemitischer Stereotyp, der des Goblins, einfach unreflektiv verwendet worden ist. Da sagt ja niemand, hey, J.K. Rowling hat Goblins erfunden, J.K. Rowling hat die antisemitisch konnotiert und dann in ihr Universum gebaut. Das behauptet man ja nicht. Also das sagt ja auch Sean nicht. Das ist ja in diesem Video auch gar nicht behauptet worden. Und niemand sagt, und ich übrigens auch nicht, dass man sich, wenn man Harry Potter sich anschaut, dass man dann zum Antisemiten wird. Das ist ja auch völliger Schwachsinn. Das ist ja strommännisch. Weil ihr seid mir einer Ideologie angefallen. Hast du deine Quelle mal gelesen? Ja, hab ich zufällig, ja. Das soll eine Quelle sein. Ach so. Ich wusste es, Digga. Warum ist es denn keine? Warum ist es keine Quelle? Na, es ist keine Quelle, weil die Aussage eben, also es ist eine strommännische Quelle. Die Aussage hat ja auch niemand getätigt. Digga, was für rechte Gruppen. Das, im Video von Sean sagt er, da waren Radikale anwesend. Das war eine öffentliche Veranstaltung, ihr Idioten. Da waren auch Transaktivisten. Öffentlich. Wisst ihr, was das ist? Wo ist denn die Verbindung? Zeigt mir ihr mal eure Quellen. Wo ist die Verbindung zu ihren rechten Freunden? Wo ist sie? In dem Video zeigt er ein Foto von Leuten, die auf einer Demo stehen, die öffentlich ist. Seid ihr dumm? Wieso muss ich eure Hausaufgaben machen? Das ist eure Aufgabe. Ich hoffe zumindest, dass er nicht die Hausaufgaben seiner Kinder macht, sondern dass das irgendwie die Frau übernimmt, ne? Also, hoffe ich. Ich hoffe. Das ist peinlich, Alter. Ne, das ist keine Quelle, weil das würde ja bedeuten, dass Sean keine sinnvolle Quelle ist. Er hat ja nicht mal Quellen angegeben. Interessiert euch ja bei Sean auch nicht, oder? Das ist egal, Digga. Der braucht keine Quellen. Der kann auch das Datum wegschneiden von einem Tweet. Der kann auch übrigens das Foto von den Aktivisten wegschneiden, über das er im Video redet. Der Rolling-Tweet von wegen, dass da Leute rumrandaliert haben und so. Wo er hinterher sagt, ja, da will ich aber erst mal sehen, wie die ausgesehen haben. Bruder, in dem Tweet sind die sogar literally darunter abgebildet. Er hat das bewusst weggeschnitten. Das ist eine gute Quelle, Alter. Ja, natürlich. Aber das hier ist keine Quelle. Nein, nein, das ist keine Quelle. Jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist keine Quelle. Ein YouTuber ist eine. Man müsste ihm, glaube ich, einfach mal ganz, ganz ruhig erklären, dass niemand, dass niemand J.K. Rowling hier als Antisemitin bezeichnet, sondern als Transfeindin. Ne? Die antisemitische Stereotype in Fantasy-Universen reproduziert, indem sie unreflektiert Goblins verwendet. Und zwar so, wie sie schon immer verwendet worden sind. Das ist ja, das ist ja der Kritikpunkt, wenn man den überhaupt bringen will. Ne? Und dann unter dem Gesichtspunkt, den ich gerade über sein Video über ihre angeblichen rechten Freunde könnt ihr nicht mal da eins und eins zusammenzählen, dass da vielleicht eine Motivation hinter stecken könnte. Ne, könnt ihr nicht, ne? Großer Verschwörungstheorie gegen J.K. Rowling. Nee, natürlich nicht, Alter. Auf gar keinen Fall. Nur in dem Artikel wird darüber gesprochen. Und nur, dass daraus eine Riesensache gemacht wurde, dass Jon Stewart darüber Witze gemacht hat. Seid ihr wirklich so verblendet, Alter? Achso, sie ist nicht antisemitisch, aber derselbe Typ, der das Video gemacht hat, wo ihr eine Quelle drin seht, sagt das aber. Nein. Also lügt er. Vielleicht spricht er kein Englisch, ne? Da sollte man auch... Bei dem einen Video und bei dem anderen nicht. Da sollte man aufpassen, ne? Nein, nein, sie ist nicht antisemitisch. Aber wieso sagt denn derselbe Typ, dem ihr bei dem rechten Geschwurbel glaubt, dass sie... Das ist der gleiche Typ, der das behauptet. Ist euch das nicht klar? Ne, ist es nicht, ne? Danke für die Antwort, aber warum spricht Karl nicht mit ihm, sondern guckt er seinen Stream? Ich gucke den, um mit ihm zu sprechen. Das ist ja das Ding. So, der soll jetzt einfach... Ich möchte mit ihm sprechen. Von YouTube gebannt. Deswegen ist das eigentlich egal. Ne? Ganz ehrlich, ein Twitch-Band ist heutzutage ja fast schon ein Ritterschlag. Ich lasse mir meine freie Meinung nicht verbieten. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für euren Unfug. Ich wollte eigentlich heute einen Tag mal meine Ruhe haben und einfach nur ein Game zocken, welches übrigens gar nicht transfeindlich ist tatsächlich. Und ihr kommt hier rein und nervt rum. Ne, ne, niemand hat die Aussage getätigt, Digga. Ich habe auch nie Aussagen getätigt. Ah, herrlich, Alter. Weißt du, ich muss wirklich sagen, ich habe mich die letzten Tage immer mal wieder gefragt, ob ich was übersehen habe. Aber wenn so ein Mob wie ihr hier ankommt, dann weiß ich schon, okay, Alter, ich gehe da auf jeden Fall rationaler ran als diese Leute. Ohne Scheiß, jetzt selten so viel Schwachsinn auf einem Haufen gesehen. Wie das, was ich gerade im Chat lesen muss. Das ist so kicke, ey. So. Das Thema ist jetzt erledigt für heute von meiner Seite. Ich werde da jetzt nicht mehr weiter drüber sprechen. Wir haben aber jeden Montag um 20 Uhr einen Talk. Da könnt ihr euch gerne sachlich dazu beteiligen, wenn ihr dazu in der Lage seid. Da können wir dann auch gerne die Videos gucken. Dann können wir auch gerne Quellen gucken. Und dann kann ich euch gerne zeigen, dass ich über euer Wissen hinaus auch weiter recherchiert habe und nicht aufgehört habe, weil ich mich da mit wohlgefühlt habe mit dem, was ich da rausgefunden habe. Lade ich euch sofort ein. Am Montag war ein Talk mit Chris Anger. Mit Chris Anger. Das ist mein Stream. Wir wollen jetzt hier heute spielen. Ich lade euch morgen Abend ein. Da können wir über alles reden. Sachlich. Wer das jetzt nicht respektiert, der wird gemutet. Dann sag morgen Abend 20 Uhr soll er mit mir in den Talk. Morgen 20 Uhr. Ist das ein Angebot? Macht mal das Angebot. Morgen 20 Uhr Discord. Morgen 20 Uhr Discord. Das ist doch ein Angebot. Morgen 20 Uhr. Ich talk nicht mit Karl. Mach ich nicht. Die Chance hat er sich gerade heute verbaut. Da hat er selber Schuld. Das interessiert mich auch nicht, was ihr davon haltet. Das interessiert mich nicht, was Karl davon hält. Schisser. Angsthase. Ich hatte ihm angeboten, normal mit ihm zu sprechen. Du hast Angst vor bunten Herzen. Weil er das nicht kann, ohne dass er euch vor euren Druck trainiert. Du hast Angst vor Feminismus. Es ist mir scheißegal. Es muss mir nicht jeder glauben. Ich bin nicht wie ihr. Ich bin nicht überzeugt davon, dass jeder meine Meinung haben muss. Ich bin für freie Meinung. Und eure finde ich kacke. Fertig. Da habe ich meine große Chance wohl verpasst an dieser Stelle. Leider. Das ist echt bedauerlich. Das wäre mein Durchbruch geworden. Ja. Für freie Meinung außer deine eigene. Was? Hä? Was redet ihr? Tschüss auch. Gut, ich toleriere keine Transfeindlichkeit und auch keinen Rassismus. Ich toleriere aber auch keinen ausgedachten Unsinn. Nee, euch kann man wirklich nicht ernst nehmen. Was hat Chris Engel geschrieben? Ich konnte es nicht lesen, aber ich lese auch eigentlich nicht, was Nazis mir schreiben. Aber genau, weil die Leute keinen Bock auf so einen Schwachsinn hier haben, werden die meisten einfach gar nichts dazu sagen. Die denken sich ihren Teil. Ich habe mit mehr als genug Leuten gesprochen. Dass du Angst vor denen hast. Bruder, die meisten von euch haben Angst vor einer Kamera. Ich erzähle mir nichts von Angst, ey. Die haben fucking Angst vor einer Kamera und vor einem Klarnamen. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. G100K meint, dass du Angst vor ihm hast, macht aber nichts. Er hat Angst vor uns. Sehr viel Angst. Ich habe auf jeden Fall Angst davor. Ich sage nur so viel. Der Boss, der pusht nicht jeden. Ihr könnt weiterhin in der Irrelevanz einfach versauern. Und dann hoffentlich irgendwann mal euren Job verlieren, weil ihr scheiß Faschos seid. Ja, ja, gut. Mal gucken. Mal gucken, Chris Engel. Vielleicht, wenn er sich so in den Vordergrund spielt, vielleicht sollten wir uns einfach mal mit dem beschäftigen. Aber jetzt nicht. Aber nicht im Stream. Sondern an anderen. Kann er sich auch mal bei seinen Faschofreunden informieren, wie das so läuft. Und ob das so cool ist. Was ist mit diesem Chris Engel? Ich glaube, der hat letztens mal seine Kamera, also ich hoffe, der hat wirklich seine Kamera mal angemacht, weil der Schiss hatte, dass ihn andere Nazis doxen. Also der sollte wohl irgendwie von anderen Nazis gedoxen. Und jetzt hat er selber mal die Kamera angemacht oder so. Ist auf jeden Fall eine brutale Meisterleistung gewesen. Auf Twitter gesperrt. Die sind doch im realen Leben gestellt. Du musst dir vorstellen, diese Menschen dürfen ja in der Realität, so im echten Leben außerhalb ihres kleinen, anonymen Internet-Daseins, ihre Meinungen gar nicht äußern. So, die sind ja, stell dir vor, du versuchst etwas zu legitimieren, wo du im realen Leben so tun musst, als ob du dies gar nicht vertreten wollen würdest. Ich war eben AFK-Upner und bekommen, dass Karl als selbstgerechter Pimmel bezeichnet wurde. Von daher scheint man ja nicht in Gänze falsch zu liegen. Ja, der hat nicht mit allem Unrecht, ne? Der hat wirklich, der hat wirklich nicht mit allem Unrecht. Ich sehe gerade, das mit der Kamera hat sich eigentlich auch schon wieder erledigt. Also er scheint wohl doch keine Kamera mehr anzuhaben. Er ist anscheinend wieder einfach nur ein Panda-Bärchen. Oder hat er sein Bild gar nicht gezeigt und ich kenne das Bild von woanders? Ich ficke auch gerne. Das kann auch sein. Ich muss immer vorsichtig sein, die beim Vornamen zu nennen. Weil ich, da kann man sich nie sicher sein, welcher Vorname jetzt schon öffentlich ist und welchen ich habe. Ne? Und dann heißt es dann wieder, oh, Doxing, äh, äh, äh. Du kannst ja auch nicht einfach zwei Wochen Recherchearbeit, einfach das Ding ist, man muss immer mal wieder sagen, weil man, man traut denen ja schon zu, dass sie dämlich sind. Aber meistens schicken die an linke Kanäle keine Donations und so. Wenn die das machen sollten, dann ist das dann, also einmal ist das passiert und das hat sehr witzige Konsequenzen gehabt für den Fascher. Das fand ich schon ganz witzig. Also bitte, Chris Enger, lass doch auch hier ein bisschen Geld haben. Man kann das aber über Paypal bezahlen. Das Ding ist, die sind ja gar nicht wirklich rechtsextrem. Die wissen einfach nur, dass man für jeden anderen Nischenbereich einfach ein bisschen Wissen benötigt und dass, wenn man eine rechtsextreme Bubble ansprechen möchte, dann braucht man halt wirklich einfach nur einen Hammer und genug Mut zur Selbstzerstörung. Und dann kriegt man da schon irgendwie so ein paar rechte Talking Points in so ein Mikrofon reingeschuttert. Und man braucht ja auch ansonsten nicht viel Equipment, so ein einfaches Mikrofon reicht, Kamera wird ja eh nicht angeschaltet und dann kannst du halt sowas sagen wie, habt ihr euch eigentlich schon mal Kriminalstatistiken angeschaut und euch mal die Frage stellen, warum wir so viele Schwarze sind? Das reicht ja schon. Und Leute so, wow, komplett krank, was der da erzählt. Einfach die Wahrheit, endlich mal. Messer, die haben Messer. Also der Chris Anker und Clowns-Welt sind wohl dicke. Ich frage mich ja immer, ob die sich untereinander kennen, ne? Wisst ihr? Also ob die sich, ob die sich untereinander, ob die, oder ob die sich untereinander auch einfach nicht mit, ob die sich auch untereinander nicht kennen und sich dann auch nur so ansprechen. Na, wie ist bei dir Clowns-Welt? Oh, mir geht's ganz gut, Chris Anker. Weil die haben ja nicht die Möglichkeit, sich irgendwie im realen Leben zu treffen, ne? Konik-Wabe ist echt gutes Format. für Hermann aus Detmold ist das wahrscheinlich wirklich ein echt geiles Format, ne? Aber der Hermann aus Detmold, der ist auch ansonsten, ja, glaube ich, schwierig unterwegs. Die streiten sich momentan untereinander, das ist besser als G-SZ-SZ. Wirklich? Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Sollen die sich doch meinetwegen selber zerfetzen, ist doch ganz witzig. My life and love might still go on In your heart, In your mind, I stay with you for long time, If I come. If I come.